Yo Leute und willkommen zu einem neuen Tutorial hier auf meinem Kanal. Heute erkläre ich dir, wie du die Minecraft Optifine Version 1.15.2 installieren kannst. Und ganz am Anfang solltest du mal dein Minecraft starten mit der Version 1.15.2. Das Ganze ist hier bei mir. Wenn du nicht weißt, wie du ein Profil installieren kannst, dann check mal mein Tutorial hier oben rechts aus. Da erkläre ich dir, wie du ein Profil erstellen kannst. Und sobald Microsoft für die Version 1.15.2 funktioniert, kannst du auch sofort anfangen Optifine zu installieren. Und zwar ist das hier der erste Link in der Videobeschreibung. Und da klickst du einfach hier oben auf Preview Versions. Und dann siehst du hier Optifine für die Version 1.15.2. Sollte das Ganze schon hier stehen, kannst du auch einfach hier auf Download klicken. Wie gesagt, sollte hier 1.15.2 stehen. Ich klicke hier einfach auf Download. Und dann wirst du weitergeleitet. Und ganz wichtig ist, dass du hier nichts anklickst, außer dort oben rechts in der Ecke nach ein paar Sekunden auf Skip. Und hier ist ganz wichtig, dass du nur auf diesen Download klickst. Und dann speicherst du das Ganze einfach ab. Hier kommt Werbung. Das Ganze kannst du schließen, sobald Microsoft Optifine heruntergeladen wurde. Sobald es heruntergeladen ist, klickst du auf diesen kleinen Pfeil. Und dann auf Inordner anzeigen. Und kannst deinen Browser schließen. Und hast dann hier deinen Downloads-Ordner. Falls du übrigens sehen willst, wie du das Ganze auch mit Microsoft Edge machen kannst, dann check mal das Tutorial hier oben rechts auf. Um Optifine für die Version 1.15.2 zu installieren, klickst du einfach mit einem Doppelklick dort einmal drauf. Und dann klickst du auf Install. Und dann klickst du auf OK. Den Optifine Installer kannst du wieder löschen, denn du hast ja Optifine für die Version 1.15.2 installiert. Ich werde das Ganze löschen. Sollte es eben gerade nicht geglappt haben, sollte sich zum Beispiel ein Fenster kurz geöffnet haben und sofort wieder geschlossen haben. Oder sollte sich der Texteditor mit ganz vielen komischen Zeichen geöffnet haben. Dann check mal mein Tutorial unten in der Videobeschreibung ab oder hier rechts oben. Um jetzt noch mit Optifine spielen zu können, installierst du einfach deinen Minecraft Launcher und siehst hier direkt Optifine für die Version 1.15.2. Und dann kannst du natürlich Optifine sofort spielen. Siehst du das Ganze allerdings nicht, gehst du einfach zu den Installationen und dann klickst du auf Neu. Nennst du das zum Beispiel Minecraft Optifine und dann 1.15.2. Und dann klickst du hier bei Version einfach Optifine an. Und dann klickst du auf Create, also erstellen, kannst das Ganze entweder hier rüber spielen oder du klickst zu Spielen und scrollst hier an der Liste. Siehst du das Ganze auch. Und wenn du jetzt zum Beispiel einem Server joinst, dann siehst du Optifine funktioniert. Indem du C drückst, kannst du ranzoomen, also die Taste C, der Buchstabe C. Wenn du sehen willst, wie du ein Texture Pack, wie ich es habe, installieren kannst, dann check mal dein Tutorial hier oben rechts aus. Ansonsten sage ich, lern was, show in die Umwelt, ciao.